Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buchvlogs. Ich bin einmal mehr nicht alleine und freue mich heute ganz fest, weil ich jemanden dabei habe. Hallo, ich heisse Fabienne, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Wer bist du? Ich heisse Rea und ich brauche keine Pronomen oder Dei, auch im Deutschen. Wenn ich jetzt nicht weiss, wie man Dei im Deutschen konjugiert, kannst du mir ein Beispiel machen, wie man das richtig macht? Ich finde es mega toll, dass du fragst. Dei ist ja ein Pronomen, das eigentlich aus dem Englischen kommt. Es gibt Leute, die das auch im Deutschen brauchen. Ein Beispielsatz wäre zum Beispiel, ich habe ihn gestern Rea gesehen. Dei ist gerade in den Ferien und nach Hause gekommen. Dei hat mir ein Souvenir mitgebracht und ich habe ihm dann gerade noch ein verspäteter Geburtstagsgeschenk gegeben. Du hast mir gesagt, es ist eigentlich am besten, wenn man einfach fragt und keine Angst hat, die Leute zu sagen, was brauchst du für ein Pronomen? Unbedingt. Es ist auch wichtig, dass man es dann lieber einfach ausprobiert und sich darauf einlässt, dass man vielleicht am Anfang Fehler macht, als dass man es einfach gar nicht macht. Wie ihr vielleicht unschwer festgestellt habt, reden wir heute über genderte Sprache oder gendersensible Sprache. Wie kommen wir darauf? Ich habe ja gesagt, ich brauche Pronomen sie, ihr. Das liegt daran, dass mir bei meiner Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen wurde und ich nach wie vor mega happy damit bin, als Frau identifiziert zu werden, mich selber so identifizieren. Das nennt man auch cis. Bei dir ist das ein bisschen anders, gell? Genau. Mir ist bei der Geburt auch das weibliche Geschlecht zugewiesen worden, aber ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht. Das heisst, ich bin trans, weil ich mich nicht mit dem Geschlecht identifiziere, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Da ich mich aber auch nicht als Mann identifiziere, sondern als weder Mann noch Frau, nennt man das non-binär, weil es nicht in die binären Geschlechte von Mann und Frau einfällt. Heute reden wir darüber, wie man das sprachlich abbilden kann. Mir als cis-Frau ist gender-inklusive Sprache mega wichtig, einerseits aus feministischer Perspektive, weil ich sehr wichtig finde, dass Frauen auch mit abbildet werden in der Sprache, also generisches Maskulin mit Klammern. Frauen sind mit gemeint, das verheben einfach gar nicht. Aus queer-feministischer Sicht finde ich es aber genauso wichtig, dass die Diversität von Geschlecht auch abbildet wird. Heutzutage in der gendersensiblen Sprache ist es ja auch wichtig, dass Geschlechterdiversität abbildet ist, weil gerade mir als non-binäre Personen geht es einfach so, wenn es jemand heisst, liebe Damen und Herren, dann finde ich okay, tschüss. Einfach, dass man mit Sprache experimentiert und schaut, wie kann man Sprache so brauchen, dass es nicht immer die zwei Schubladen gibt, Mann, Frau, sondern dass Sprache diese Struktur aufbricht und einfach offener ist. Man hat das ja am Anfang auch versucht mit Binnen ein, um Frauen wenigstens mal mitschreiben. Nur das Problem ist, dann denkt man immer noch in den sogenannten binären Geschlechtskategorien. Man geht davon aus, es gibt nur Mann oder nur Frauen. Nachher ist der Gender Gap gekommen, so unterstrich, da gibt es irgendwie noch mehr. Fühlt sich aber für dich wahrscheinlich wie so eine Leerstelle an, oder? Es gibt es auch noch, aber es ist irgendwie so das grosse Unbekannte nichts. Nachher hat man sich überlegt, Doppelpunkt, das soll den Lesefluss vereinfachen. Also für Leute, die auch eine Sehschwäche haben oder Leseprobleme haben, dass es einfacher ist zu gendern. Davon ist mir inzwischen aber auch wieder ein bisschen weggekommen, wie man sagt, es macht für Lesehilfprogramme keinen Unterschied. Und dann landet man eben bei der Variante, die wir beide am meisten bevorzugen, das Gendersternli. Und die verschiedenen Strahlen des Sternli sollen die Geschlechtervielfalt symbolisieren. Das Schöne am Genderstern, finde ich, wenn man das im Text hat, es hat Sternli, Sternli sind schön. Ich fühle mich dann als eine Star vom Text. Ich finde es heute aber auch der Diversität am meisten gerecht. Also dass die Kategorie Geschlecht eben fluid ist, dass es eben nicht nur Mann oder Frau gibt, sondern dass es intergeschlechtliche Menschen gibt, dass es non-binäre Menschen gibt. Und dass es Menschen gibt, die finden, ich identifiziere mich als Einhorn. Gibt es das? Kann es? Nein. Okay, das fühlst du ein bisschen respektlos. Genau. Das ist ja das, was immer Gegner nachher finden, die eben davon reden, dass das alles nur ein Gender-Gaga ist. Und dass das doch alles... Da können wir sich ja als alles identifizieren, auch als Einhorn oder als Helikopter. Aber das hat ja nichts mit Geschlecht zu tun. Also... Gender, das betrifft Menschen. Gegenstände und Tiere werden nicht gendern. Aber wollen wir vielleicht mal zum Buch kommen, das wir hier haben? Das Coole an diesem Buch von Christina Olderdissen ist, dass sie nicht von dem Gender-Diskurs her, also von dem sozialen Thema, sondern sie kommt wirklich stark vom Sprachwissenschaftlichen her. Und wie funktioniert die deutsche Sprache? Sie geht dann eben auch sprachgeschichtlich vor. Also welche Formen von maskulinen Formen, femininen Formen, geschlechtsneutralen Formen hat es geschichtlich schon gegeben. Und es hängt dann auch daran auf, dass die Sprache sich immer schon verändert. Und Sprache wird sich auch immer verändern. Und dass man da wirklich auch den Mut haben darf. Was ich auch an diesem Buch gefunden habe, ist, dass sie auch sehr pragmatisch in die Sprachpraxis schaut. Und schaut, was die Sprache erfüllen muss. Also dass zum Beispiel meine Hände eine verbindliche Rechtschreibung, gerade für amtliche oder juristische Texte, muss diese einfach gegeben sein, damit es gilt, damit die Dokumente gelten. Wenn man dort, und der Gender-Stern zum Beispiel, ist einfach noch nicht in der Rechtschreibung drin. Das heisst, wenn man den irgendwo bei amtlichen Dokumenten setzt, ist das einfach nicht gültig. Und das, finde ich, ist wirklich auch die Stärke des Buches. Und das sind auch sehr einfache oder anschauliche Sachen. Also was sie gar nicht unbedingt sagt, es muss jetzt in jedem Fall eine Beidnennung stattfinden. Also jede und jede. Sondern man kann auch ganz pragmatisch sagen, alle. Christina Olderdiss, da merken wir, dass sie prinzipiell von der Gleichstellungsthematik her. Also ihr geht es auch vor allem darum, dass nicht immer nur Männer in Texte abbildet sind, sondern auch Frauen. Die Autorin stellt also binäre Arten vom Gender auch als valide Form her. Sie weist aber auch darauf hin, dass dann nonbinäre Menschen nicht mehr gemeint sind. Und dass das nochmal andere Formen von gendersensibler Sprache braucht, wo sie auch ganz viele Beispiele dazu macht. Also es ist wirklich, man könnte sagen, eine Deutschlektion. Genau. Und einfach eine einfache Art und Weise, wie man lernen kann, gendersensibel zu formulieren, ohne dass man eben zwingend den Genderstern brauchen muss. Auch wenn wir natürlich beide finden, er darf so oft vorkommen, wie der Genderstern will. Das Buch ist auch sehr kurzweilig geschrieben, sehr humorvoll. Sie macht auch viele Witze. Und ich musste so viel lachen, als ich das Buch gelesen habe, weil sie auf so eine erfrischende, leichte, humorvolle Art und Weise drangeht. Ihre Herangehensweise ist, Hauptsache es wird gendert. Lassen wir es doch auf eine Art umsetzen, die aus dem Status quo heraus, aus so, wie die Welt jetzt ist, irgendwie realistisch ist. Aber sie ist auch sehr no bullshit. Also dass gendersensible Sprache wichtig ist, das ist gesetzt, das ist für sie nicht mehr verhandelbar. Da uns dieser Zugang fast zu pragmatisch ist und zu wenig weit geht, kommen wir jetzt zu deinem Artikel. Ja, genau. Wir haben etwas Zweites dabei, das ist das Missy Magazine. Da haben sie ein Dossier gemacht, It's raining them. 15 Seiten Gender Gaga. Das Magazin produziert wirklich viele Texte aus queer-feministischer Perspektive. Und in diesem Dossier gibt es sehr viele Menschen zu Wort, die sich als trans- oder als non-binär identifizieren und die den Horizont öffnen, was gibt es überhaupt alles für Pronomen. Angefangen beim schwedischen hen-hem oder beim französischen jell oder beim spanischen ei-je. Das ist wirklich aus der Perspektive geschrieben von Menschen, die das aktiv brauchen oder die auch sagen, ich identifiziere mich so und so, ich habe gerne diese und diese Pronomen. Und jemand anderes schreibt aber auf der genau gleichen Seite, nein, mir sagt das Pronomen nicht so viel, ich bevorzuge es lieber so oder ich möchte am liebsten gar kein Pronomen oder ich suche mir das nach Kontext aus, je nachdem, wie wohl ich mich fühle. Und das ist ein super spannendes Dossier, einfach mal zu schauen, wie vielfältig Sprache auch gelebt werden kann oder wie kreativ Sprache gelebt werden kann. Die grosse Stärke ist eben von dem Dossier, dass man merkt, es ist noch so viel mehr möglich. Also Sprache ist nicht einfach etwas, was ist und das bleibt dann immer so, sondern es braucht viel Mut und es braucht viel Kreativität, um das zu verändern. Aber man muss eben irgendwo anfangen. Und dazu finde ich es auch sehr notwendig, dass man eben gerade Perspektiven von Menschen mit einbezieht, die sich aktiv als trans oder als non-binär sehen. Während die Kreativität dann tatsächlich die Stärke ist, ist glaube ich das Problem des Ansatzes und das Problem des Dossiers, dass das im Moment noch so eine Randerscheinung ist, die vielen Menschen so fremd ist, dass es wahrscheinlich auch sehr viel Befremdlichkeit oder sehr viel Ablehnung auslösen kann. Und dass es wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis ein Dossier, das so kreativ mit dem oder hen oder jell umgeht, in der Mitte unserer Gesellschaft ankommt oder breiter akzeptiert wird. Aber nichtsdestotrotz denke ich, leset das Dossier oder bestellt euch ein Magazin und schaut es euch einfach mal an. Und wie man dann dazu steht oder was es mit einem macht, das ist ja noch das Zweite. Aber man muss einfach darüber reden und sagen, man könnte nicht so tun, als gäbe es das nicht. Jetzt haben wir ja ganz viel über Sprache gesprochen. Das war aber erst der Anfang. Es wird eine dreiteilige Serie und ich freue mich schon mega fest darauf. Nächstes Mal werden wir über Geschlechtsidentifikation reden. Also mit was für einem Gender identifiziere ich mich oder wie kommt das überhaupt? Und was Körper und Gesellschaft damit zu tun haben. Genau. Darauf sind wir schon gespannt. Und was dann noch weiterkommt, das werdet ihr auch sehen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal kommt.